Servus, wir befinden uns wieder auf der Sportcode Functional Baustelle und hier kommt ein neuer Baustellenreport von diesem Wochenende und zwar haben wir, ich weiß schon wieder das Datum nicht, aber ist egal, Ende März und heute ist ganz große Arbeit und zwar Betonpfeiler und Betonträger Sandstrahlen, deswegen auch hier Schutz, Stabschutz, weil die Luft hier, die man vielleicht sieht, ist ziemlich, ziemlich dick und wir gehen da gleich mal rüber. Wie ihr seht, haben wir, so gut es geht, versucht, das Jahr zu decken, eine Staubschutzwand, haben wir jetzt auch gelernt, die lernen lauter neue Sachen und wir werden euch gleich noch mal zeigen, wie das aussieht, wenn der da in der Schuhe ist. Also, Betonpfeiler abstrahlen. Wir gehen weiter, mal gucken, was die zwei anderen machen. Hier geht es gerade weiter, unsere zwei Spezialisten versuchen die Leitungen hier zu verstecken, die werden eine schöne Abdeckung bauen und wenn die zwei das machen, dann wird es dann nachher die Abdeckung des Jahrhunderts. Wir sehen uns gleich wieder. Tschau. Ich wünsche jetzt deine Tagesaufgabe heute und ich kann euch sagen, aus Erfahrung weiß ich, da wird man heute Abend ein Ackerwee tun. Ja, schön viel Decken pugen, 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 pugen. Ja, schön viel Decken, pugen. Ja, schön viel Decken.